Herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal, Freunde. Ich bin wieder da und heute gibt es wieder Videos ab 7.30 Uhr. Wie immer freut es mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Heute wahnsinnig starke Themen über Wale, hinüber zu Fehlentscheidungen, hinüber zu Blackrock und teilweise auch Dinge, die mich persönlich überrascht haben. Ja, während Deutschland geschlafen hat, hat sich vieles im Cryptospace auch zugetragen. Ja, erstmal viel, viel Spaß mit diesem Video und by the way, ja, wenn du noch nicht abonniert bist, gerne tun, gerne machen. Supportet mich an dieser Stelle. Lass uns gerne mit dem Markt, mit dem Heatmap soweit anfangen. Aktuell der Markt am Strugglen. Doch schauen wir mal so ein bisschen tiefer in die Materie rein. Bitcoin, USD, aktuell bewegen wir uns 77% low und das ist für mich persönlich als Investor immer noch eine gute Möglichkeit, um auch meine Renditen zu erwirtschaften, wenn wir auf Bitcoin gucken. Und keine Frage, Bitcoin ist ein Asset, wo wir einfach die höchste Performance hatten in den letzten vergangenen Jahren, wenn wir auch die Aktien zur Grundlage gelegt haben. Aber wie sieht das Ganze eigentlich aufgrund der logarithmischen Perspektive aus? Ja, da bewegen wir uns immer noch in einem funktionierenden Bereich und in dem Punkt, ja, sieht das Ganze für mich immer noch gut aus. Solange wir hier in den eiskalten blauen Bereich noch nicht sind, ist das Ganze immer noch ein gutes Zeichen. Aus der logarithmischen Perspektive. Das Halfing nähert sich auch immer weiter. Und ja, Bitcoin Rainbow Chart, ich weiß, es ist nichts Offizielles, aber hilft mir natürlich auch, mich so ein bisschen dran zu orientieren. Schaut euch das mal an. Sofern wir in einer maximalen Bubble einhergehen, dann wird der Preis sogar auf 190 oder zwischen 190 und 250.000 auch vorausgecastet. Kommen wir zu den Unternehmen, die Bitcoin besitzen. Das ist eine wunderbare Sache, die aktuell hier passiert. Also MS führt natürlich all diese Bilanzen, all die Bücher an. Sie besitzen insgesamt einen Market Cap von 4,8 Milliarden US-Dollar, wenn wir nur auf Bitcoin als Asset schauen. Und in dem Punkt, ja, ist das ein super, super gutes Zeichen. Das ist nämlich die Massenadaption, von der wir alle vor Jahren geträumt haben. Das Unternehmen auch digitale Assets in ihrer Buchhaltung, in ihrer Bilanz eben auch aufweisen, damit vielleicht auch nicht so diese starke Inflation gegen den US-Dollar oder gegen den Euro, wie auch immer, eben auch vonstattenläuft und mit Bitcoin so ein bisschen auch dieser Werterhalt und Gelderhalt eben auch gesichert wird. Schauen wir genau auf die Wale, wie aktuell das Verhalten der Wale ist. Viel Pepe wird aufgekauft, viel Rapid Liquid Staked Ethereum wird aufgekauft, aber schaut auf Chainlink. Da wird irgendwas passieren. Ich vermerke und verspüre immer mehr, dass viele Wale Chainlink kaufen, aber auch wieder verkaufen. Und viele halten sie auch. Auch Gamblefy wie Funfair wird oft aufgekauft. Also dieses Projekt ist ja eigentlich schon vor Jahren für tot erklärt worden. Also zu der Zeit, wo ich den Krypto angefangen habe, gab es Funfair. Und da ist seitdem nie was passiert. Und mittlerweile werden hier Wahlkäufe von mehr als eine halbe Million getätigt, was ich persönlich sehr, sehr krass finde. Viel Pepe, also viel Bewegung. Insgesamt auch im Meme-Coin-Markt. Behaltet genau diese Projekte immer im Auge. Wird sicherlich spannend werden. Macht aber nicht denselben Fehler, dass ihr zu viel investiert. Dieser Mann hat nämlich im Bullrun 2021 sein Haus gegen 240.000 Hacks verkauft. Und letztlich hat das nämlich einen Wert von 2.000 Dollar. Habt immer euer Risiko im Blick. Investiert nur das, was ihr verlieren könnt. Und ich glaube, jeder sollte auch wissen, dass eine Immobilie ein Asset darstellt, was man so auf keinen Fall verlieren sollte. Besonders nicht in einem Krypto-Bullen-Markt verkaufen sollte. Und besonders werden Projekte erfolgreich sein, die natürlich gute Einnahmen erwirtschaften. Dazu schauen wir uns die Protokollgebühren an. Das ist immer ein wunderbarer Indikator für mich, um einfach sicherzustellen, ob die Protokolle erfolgsversprechend sind oder nicht. Und by the way, erinnert ihr euch noch an mein Wahlvideo, wo ich gesehen habe, dass wir sehr, sehr viele Wahle Unibot gekauft haben. Ja, Unibot ist auf Platz 32 und verdient mehr Protokollgebühren als Polygon, was ich schon sehr, sehr krass finde. Und schon damals hatten sicherlich die Wahle auch die ersten, ja ich sag mal, die ersten Analysen durchgeführt und sich dann auch für solche Projekte wie Unibot entschieden. Finde ich eine starke Sache, will aber nicht zum Kauf anregen, weil auch das Projekt schon stark überkauft ist. Aber trotzdem sollte man sich daran orientieren, wie viel Einnahmen eigentlich die Protokollgebühren machen, daraufhin unsere Trades dann auch setzen und demzufolge auch sicher gehen, dass die Projekte rentabel sind. Das ist das Stichwort Breaking News an dieser Stelle. BlackRock hat nämlich ihren ETF erneut bei der SEC eingereicht und diesmal auch Coinbase als Börse genannt. Finde ich eine starke, starke Sache und sie machen auch keinen Halt. Sie wollen ihren Bitcoin ETF Spot Antrag auch haben, sie wollen die Genehmigung haben, sie wollen die Bestätigung haben und das sollten wir immer im Auge behalten. Gucken wir mal auf die NFTs. Ja, ich glaube, Bored Ape Yacht Club, damals war das Ganze so stark überhypt. Jeder wollte einen Bored Ape haben. Wir haben auch gesehen, dass das Volumen hier teilweise ins Unermessliche hochgegangen ist. Millionen von Dollar haben jeden Tag auch den Besitzer gewechselt und mittlerweile schauen wir mal auf die Kauforder. Seit dem 22. oder 2.3.22 gab es nur vereinzelt Käufe und an diesem Punkt kann man tatsächlich Bored Ape Yacht Club jetzt in zwei Varianten einordnen. Entweder ist die NFT-PVP-Kollektion tot oder man hat eine günstige Einstiegschance. Ich weiß nicht, ob sich Bored Ape davon wieder erholen kann, denn wir haben auch hier teilweise einen Floor von R150 gesehen und mittlerweile ist der Floor bei 87, aber kein Mensch kauft es. Das dürfen wir so auch nicht vergessen. Und an diesem Punkt geht es weiter zu den einzelnen Blockchains. Schaut euch mal Solana an. Solana performt hier gerade sehr, sehr gut im Volumen. 43 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden an Volumen. Ist eine starke Sache. Also langsam kommt Solana so ein Stück weit wieder. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Solana selber auch eine starke, starke Community hat. Und letztlich auch viele, viele Projekte auf Solana aufbauen. Ob jetzt, ja, mit dem Ausfallzeiten hin oder her, diese technologische Grundeinstellung, das ist jetzt mal eine andere Sache. Wir dürfen aber nicht vergessen, Solana hat eine starke und große Community. Wir sehen auch, dass Daily-Adressen von 285.000 jeden Tag in den letzten drei Monaten auch auf Solana durchgeführt worden ist. Mehr als auf der B&B-Chain. Mehr als auf Arbitrum. Das dürfen wir nicht vergessen. Also die Daily-aktiven Adressen, ganz wichtiger Indikator. Und der letzte Punkt, Layer 2, an dieser Stelle. Mittlerweile ist TK-Sync auch viel schneller, viel schneller im TBS als Arbitrum. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die ich an dieser Stelle erwähnt haben wollen würde. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn du natürlich auch Bock drauf hast, auf diesen Content gerne abonnieren. An 7.30 Uhr jeden Tag poste ich ein Video, außer morgen. Ausnahmsweise wird morgen kein Video kommen, aber natürlich in der gängigen Praxis. Werktag 7.30 Uhr. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Video. Video. ologie.